Wir sind wieder unterwegs auf unserem Schiff und landen in einigen Häfen in dieser Welt und dazu brauchen wir einen, der rudert und den haben wir auch. Hallo Marcel. Konnichiwa, Carsten. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wo sind wir? In welchem Hafen? Ja, das weißt du doch, in Japan. Wir haben heute wieder einige Exoten mit dabei. Wir haben aber natürlich auch die U21-Europameisterschaft. Die Viertelfinals stehen an, ohne deutsche Beteiligung. Deswegen haben wir uns gedacht, schicken wir doch diese vier Spiele im Viertelfinale mal in diese Wetttipps aus aller Welt. Wir wollen euch natürlich nicht auf dem trocknen lassen und deswegen hoffen wir natürlich mit vielen exotischen, aber auch wichtigen U21-Spielen euch weiter versorgen zu können. Naja, so exotisch sind die jetzt nicht, würde ich sagen. Aber vor allen Dingen muss ich ja erwähnen, du bist wieder sehr gut unterwegs. Unter vollen Segeln fünf von acht. Ja, Carsten, fünf von acht, das ist ordentlich, würde ich jetzt sagen. Also du weißt, ich bin ein bisschen perfektionistisch für Anlag, deswegen würde ich jetzt nicht von sehr gut sprechen bei dieser knapp über 60%-deckigen Ausbeute. Aber was ich sagen kann, der Rugby-Sport, der hat es mir ein bisschen angetan. Da war ich jetzt schon wieder richtig mit meinem Tipp auf die Penrith Panthers und deswegen habe ich mir gedacht, gleich auch diesmal wieder einen Rugby-Tipp mit dazu zu nehmen aus Australien. Kommen wir später dazu. Genau, jetzt fangen wir mal an mit Fußball und mit Japan. Wisselkobe gegen Sapporo, das ist unser erstes Match. Genau, da haben wir eine relativ klare Ausgangslage, zumindest was das Classement angeht. Wir haben Wisselkobe auf dem aktuellen zweiten Platz. Die haben beeindruckende 36 Punkte bis lang schon geholt aus 17 Spielen und haben ein Spiel weniger absolviert als der Spitzenreiter. Sollten sie dieses Spiel gewinnen, dieses Nachholspiel, wären sie sogar der Spitzenreiter in Japan. Und jetzt bekommen sie es mit einer Mannschaft zu tun aus Sapporo. Konsadole Sapporo, so ist der komplette Name, der nur zwei der letzten sechs Fliegen... Nicht zu verwechseln mit Konsole, das ist was anderes. Ja, vielen Dank Carsten, wenn ich dich nicht hätte. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt in der guten Form ist. Zwei Siege aus den letzten sechs Spielen, dafür aber eine relativ gute Auswärtsmannschaft, haben Auswärts mehr Punkte geholt als zu Hause. 16 Punkte aus neun Partien kann sich sehen lassen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Quoten relativ nah beisammen liegen. Ja, also man könnte meinen, dass die Favoritenrolle deutlich ausgeprägter ist zugunsten von Wisselkobe. Das ist sie aber nicht. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, nicht auf dem Dreiwegmarkt zu wetten, sondern die doppelte Chance zu nehmen. 1x in Verbindung mit unter 4,5 Toren. Ja, und für diese kombinierte Wette gibt es eine 1,70 in der Spitze. Und eins will ich noch erwähnen, Carsten, bei Wisselkobe war ja wirklich jahrelang Andres Iniesta so das Aushängeschild. Jetzt ist es ein gewisser Yuya Osako. Ja, kennst du vielleicht noch aus Bundesliga-Zeiten. 1860 München, Köln, Werder Bremen, überall hat er gespielt. Und der ist aktuell Topscorer dieser Mannschaft und Topscorer auch der zweitbesten Offensive aus Japan und der besten Defensive der Liga. Das heißt, die Favoritenrolle von Wisselkobe, die sollte meiner Meinung nach sogar ein bisschen ausgeprägter sein, als es die Buchmacher vermuten lassen. Wir bleiben in Asien. Pohang Steelers gegen Suwon FC. Ja, auch da, Carsten, habe ich bewusst eine Konstellation herausgesucht, wo ich überzeugt davon bin, dass die Heimmannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht wird. Warum? Naja, es trifft der Tabellenzweite mit den Pohang Steelers auf den Tabellenzehnten. In der Liga gibt es nur zwölf Mannschaften. Das heißt, es ist doch ein klarer Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Zudem muss man wissen, Suwon ist die schlechteste Auswärtsmannschaft in der südkoreanischen Liga. Und Pohang hat 20 Punkte aus neun Heimspielen geholt. Es ist dementsprechend die zweitbeste Heimmannschaft. Und wenn man zusätzlich noch bedenkt, dass Suwon sechs der letzten acht Ligaspiele verloren hat und die schlechteste Defensive der Liga stellt und die Pohang Steelers die letzten drei direkten Duelle allesamt gewinnen konnte, dann ist doch relativ klar, dass mein Tipp in Richtung der Heimmannschaft geht. Ich sage Sieg Pohang Steelers in Verbindung mit unter 4,5 Toren zu einer Quote von 1,85. Und wir schippern nach Skandinavien. Bodo Glimt gegen Molde. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Bodo Glimt. Du nimmst sie immer wieder her. Ja, ja, ich weiß. Genau, auch ein großer Fan des Kunstrasens, den sie ja in vorheimischer Kulisse haben, den sie im eigenen Stadion haben. Dementsprechend haben sie eigentlich schon aufgrund dieses Heimvorteils große Pluspunkte, einen großen Faktor, den sie da auf jeden Fall gewinnbringend einbringen können. Und deswegen sage ich auch, in diesem Topspiel, es ist ja ein Topspiel, es trifft Bodo Glimt, der aktuelle Spitzenreiter auf Molde, eines der besten Teams aus Norwegen, treffen dort aufeinander. Und Bodo Glimt hat elf der letzten zwölf Pflichtspiele allesamt siegreich gestalten können. Ja, und Molde, die haben aus sechs Auswärtsspielen, Carsten, nur sechs Punkte geholt. Und deswegen stehen sie aktuell auch nur auf dem fünften Tabellenplatz. Und deswegen geht mein Tipp auf jeden Fall in Richtung der Heimmannschaft. Ich sage, auf dem heimischen Kunstrasen wird Bodo Glimt das Spiel gewinnen. Und dafür gibt es aktuell eine ansprechende 1,75 als Quote. Und jetzt sind wir beim Rugby, also eine Sportart, die Marcello für sich entdeckt hat. Ihr wisst ja, ihr seht ihn ja auch immer wieder. Der ist auch muskelbepackt und der kann unglaublich kämpferisch daherkommen. Okay, los geht's. Briss Brain Broncos gegen die Dolphins. Ganz genau, Carsten. Du hast alles bisher richtig gesagt. Also selten habe ich dich so enthusiastisch erlebt, wie gerade, als du über mich gesprochen hast. Das freut mich schon mal an der Stelle. Danke dafür. Ich gehe auch in den Kraftraum gleich übrigens. Ich darf ja nicht zurückbleiben hinter dir. Absolut. Die Dolphins sind eine neue Franchise, die es erst seit dieser Saison gibt in der NRL, in der australischen Rugby League. Und die sind sehr, sehr gut gestartet. Das heißt, die haben ein Team komplett neu aus dem Boden gestampfen müssen und sind dann wirklich mit drei Siegen die neue Saison gestartet. Große Überraschung gewesen damals. Seitdem läuft es allerdings gar nicht mehr so gut für die Dolphins, denn seitdem haben sie nur noch vier ihrer letzten zwölf Spiele gewinnen können. Sie sind dementsprechend auch abgerutscht in der Tabelle auf Position 11 und jetzt müssen sie nach Prisbane. Und Prisbane, ja, die sind auch ebenfalls richtig, richtig gut gestartet, konnten das Niveau aber einigermaßen halten. Haben jetzt schon wieder drei Siege aus den letzten vier Spielen, sind dementsprechend auch auf dem zweiten Platz in der Tabelle zu finden. Und man darf nicht vergessen, Carsten, was vielleicht die wichtigste Statistik in dieser Partie ist. Die Dolphins haben die letzten drei Partien nicht nur allesamt verloren, sondern auch mit in Summe 80 Punkten Unterschied. Also im Schnitt 27 Punkte Unterschied war die Differenz bei den Niederlagen und deswegen sage ich diesmal auch Sieg Pronkos minus 5,5. Also die Pronkos gewinnen mit mindestens sechs Punkten Vorsprung und dafür gibt es eine Quote von 1,70. Und jetzt sind wir beim Viertelfinale der U21. Wie gesagt, Deutschland ist da raus, sang- und klanglos haben sie sich verabschiedet. Frankreich ist noch dabei und die spielen gegen die Ukraine. Ja, an der Stelle, weil wir jetzt kein Extra mehr für die deutsche U21-Rationalmannschaft haben, fordere ich euch natürlich trotzdem nochmal auf, Kommentare unten zu geben. Wie fandet ihr das Auftreten der deutschen U21? Es war ja wirklich sang- und klanglos, wie du gesagt hast, Carsten, gegen die B-Mannschaft von England, dieses 0 zu 2. Das heißt, haut euren Frust gerne mal hier unten die Kommentare über den deutschen Fußball, über die Nachwuchsstruktur im deutschen Fußball. Und in dem Sinne natürlich auch gleich Abo dalassen und an der Stelle verweisen wir nochmal auf unser Beidfüßig-Spezial mit Hansi Flick. Das läuft wirklich ganz hervorragend mit dem Biograf von Hansi Flick, mit Günter Klein, der da wirklich ganz spannende Aussagen über seinen Schützling in Anführungsstrichen trifft. Deswegen schaut da gerne mal rein. Und jetzt kommen wir zur Partie Frankreich gegen die Ukraine. Carsten, erinnert dich dran. In unserer allerersten Sendung zur U21 Europameisterschaft habe ich gesagt, Ukraine potenzieller Geheimfavorit. Ja, Frankreich für mich der Top-Favorit. Das heißt, Top-Favorit trifft auf Geheimfavorit. Ich muss sagen, die Ukraine habe ich bislang überzeugt, haben sieben Punkte aus drei Spielen geholt und das Ganze ohne Muttrig. Denn obwohl dieser Topstar von Chelsea im Kader ist, hat er noch keine einzige Minute gespielt. Und das, obwohl er keine Verletzung hat. Warum? Naja, da müssen wir den Trainer fragen, Ruslan Rotan. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er auf seine eingespielte Mannschaft setzt, weil das ist das große Plus der Ukrainer. Sie haben einen extrem großen, eingespielten Block von Schachtjordoneck. Die kennen sich untereinander, die wissen, wie sie zu laufen haben, wie sie zu spielen haben. Und deswegen funktioniert es auch so gut bei den Ukrainern. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie auch eine ganz gute Chance haben, hier die Riesenüberraschung zu schaffen, Frankreich rauszuhauen. Denn obwohl Frankreich ja alle drei Spiele bislang gewinnen konnte, auch die beste Offensive des Turnierstells und auch den besten Torschützen mit Bradley Bakola von Olympique Lyon, haben sie mich bislang nicht hundertprozentig überzeugt. Und deswegen gehe ich mal weg von dem Tipp auf den Spielausgang und sage mindestens drei Treffer im Spielverlauf nach 90 Minuten. Also es gibt ein Übermatch und für dieses Über 2,5 gibt es eine 1,75. Okay, also da bist du dann eher zurückhaltend, was den Sieger betrifft. Was ist denn mit England gegen Portugal? Also die Engländer sind schon richtig gut unterwegs. Ich meine, wir haben auch einen Marktwert, wenn wir uns mal die Spieler anschauen, der ist schon exorbitant. Also da ist einiges unterwegs. Ja, Carsten, da halte ich mich auch gar nicht zurück, was den Tipp angeht, auf einen Sieg der englischen Mannschaft. Denn wie du gesagt hast, die Engländer sind für mich bislang vielleicht sogar die beste Mannschaft dieses Turniers, zumindest die, die am reifesten Fußball spielen. Sie haben noch kein einziges Gegentor kassiert, haben alle drei Spiele souverän mit 2 zu 0 gewonnen. Und das, obwohl es immer eine große Personalrochade gab. Das heißt, der Trainer Lee Karsley hat da wirklich auch die Belastung sehr gut gesteuert. Das dementsprechend kann auf eine sehr fitte Mannschaft jetzt bauen, auf eine Mannschaft mit vielen Spielern, die sich wohlfühlen, die zufrieden sind, weil sie einfach auch schon Einsätze gehabt hatten. Und dann kommt natürlich noch die individuelle Qualität hinzu mit einem Morgan Gibbs-White, mit einem Emil Smith-Rowe, mit einem Anthony Gordon. Das sind alles Stammspieler, Leistungsträger in der Premier League. Und deswegen gehe ich davon aus, dass England doch diesmal gewinnen wird, weil Portugal eben auch nur ganz, ganz knapp und sehr glücklich in dieses Viertelfinale eingezogen ist. Durch einen Elfmeter in der 89. Minute haben sie das letzte Gruppenspiel 2 zu 1 gewonnen. Erst dadurch kamen sie in dieses Viertelfinale. Und deswegen sage ich hier, nach 90 Minuten Sieg England 1,93 ist die Quote. Ja, und die Schweizer sind auch etwas glücklich reingekommen ins Viertelfinale. Die spielen gegen Spanien, denn Italien ist raus. Die haben 0-1 gegen Norwegen verloren. Da muss man jetzt keine Häme ausschütten, denn tatsächlich im ersten Spiel gegen Frankreich wurden sie ja um ein Tor betrogen. Das muss man ganz klar sagen. Carsten, du kennst mich. Die letzte Nation im Fußball, über die ich Häme ausschütten würde, wären die Italiener. Nein, also ich sage mal so, im Endeffekt sind sie selbst dran schuld, trotz dieses nicht gegebenen Tors im ersten Spiel. Denn ein einziger Treffer gegen Norwegen hätte ihnen ja gereicht. Ein Unentschieden hätte ihnen gereicht, um als Zweiter durchzugehen in dieser Gruppe. Das Kuriose in dieser Konstellation war, dass Norwegen ebenfalls nur ein Tor gebraucht hätte im letzten Spiel. Das heißt, die letzten zehn Minuten war es ein Hin und Her. Beide Mannschaften brauchten, mussten unbedingt dieses Tor schießen. Beide Mannschaften haben es nicht geschafft. Dadurch waren die Schweiz dann der glückliche Dritte. Allerdings muss man sagen, die Schweiz hat schon acht Gegentreffer kassiert. Also mit acht Gegentreffer ins Viertelfinale, das ist auch aller Ehren wert. Und zuletzt gab es dieses 1 zu 4 gegen Frankreich. Und deswegen ist auch die Favoritenrolle zugunsten der Spanier absolut nachvollziehbar. Wenn gleich man sagen muss, dass ich froh bin, Carsten, dass es ab Viertelfinale letztendlich ein VAR gibt bei diesem Turnier. Denn ich habe hier mal noch ein interessantes Reel rausgesucht, das ihr euch mal anschauen könnt. Wo dann wieder deutlich klar wird, warum es denn unbedingt diesen VAR geben muss. Ja, also der ukrainische Torhüter verliert einfach den Ball. Der Schiedsrichter pfeift aus völlig unerklärlichen Gründen ab. Ein reguläres Tor der Spanier, was wiederum nicht gegeben wurde. Deswegen machen wir doch mal eine Grundsatzdiskussion auf. VAR, ja, nein. Haut es in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Wir kommen gern mit euch in die Diskussion rein. Und zu meinem Tipp abschließend, Carsten, ich sage einfach Sieg Spanien und unter 4,5 nach 90 Minuten und das Ganze zu einer Quote von 1,80. Ein Überraschungsteam kommt ja auf jeden Fall ins Halbfinale, denn Georgien spielt gegen Israel und Georgien hat das bislang toll gemacht. 100 Prozent. Also der Gastgeber ist noch ungeschlagen, hat ein Spiel gewonnen zum Auftakt gegen die Portugiesen, hat nach zweimal unentschieden gespielt. Dementsprechend sind sie völlig verdient auch als Gruppensieger durchgegangen in dieser Gruppe. Treffen jetzt auf einen Zweitplatzierten, auf Israel. Da muss man ja sagen, die Israelis haben ja den Deutschen sogar den Gefallen getan. Sie haben 1-0 gegen Tschechien gewonnen, sodass den Deutschen ebenfalls einen Sieg gereicht hätte, um doch ins Viertelfinale zu kommen. Deswegen Chapeau an die Israelis. Klar ist aber an dieser Partie, Carsten, und da lege ich mich einfach mal fest, es werden wenige Tore fallen nach 90 Minuten. Also ich glaube einfach, beide Mannschaften haben ein Stück weit Aufregung vielleicht, sind auch ein Stück weit erstmal auf Vorsicht bedacht, weil sie auf gar keinen Fall in Rückstand geraten wollen in dieser wirklich ausgeglichenen Partie auf Augenhöhe. Und deswegen sage ich, dass wenige Tore fallen werden. Unter 2,5 ist mein Tipp. Die Quote liegt bei 1,82. Hierbei muss beachtet werden, dass wieder nur die 90 Minuten als Maßstab rangezogen werden. Und eine Sache muss noch beachtet werden, nämlich der Keeper der Israelis. Nicht der Keeper der Georgien, der ja wirklich auch schon einen großen Namen hat, der bei Valencia spielt, der bei Neapel im Gespräch ist, sondern der Torhüter der Israelis, nämlich Daniel Peretz, der spielt bei Makami Tel Aviv, der hat gegen die Deutschlands Nahmannschaft herausragend gehalten. Und auch jetzt gegen Tschechien hat er wieder die ein oder andere Chance sehr, sehr gut zunichte gemacht. Und deswegen glaube ich tatsächlich aufgrund auch dieser beiden guten Keeper, aufgrund der beiden guten Hintermannschaften, dass wir wenige Tore zu sehen bekommen. Das heißt, dein Tipp? 1,82 unter 2,5. 1,82 unter 2,5. Das musste ja nochmal gesagt werden. So, hier also die Übersicht aus aller Welt inklusive U21 Viertelfinalspiele. Das ist das, was Marcel euch so an die Hand gibt. Und für euch nochmal der Hinweis, das Thema Harry Kane wird ja bei den Bayern immer heißer und deshalb haben wir das auch mal in einem Spezial beleuchtet. Also ein weiteres Video bei uns auf der Seite. Ja, da möchte noch jemand aufzeigen und was sagen? Ja, ihr merkt, der Fußball wird immer weniger jetzt in dieser Sommerpause, in diesem Sommerloch. Ihr wisst wie, ich werde euch natürlich weiterhin mit Tipps versorgen. Ganz klar, auch die Fußball-Weltmannschaft der Frauen steht natürlich an. Auch die werden wir ausführlich behandeln. Trotzdem meine Frage an euch. Welche Sportarten könnte ich denn mal durchgehen? Was wollt ihr mehr hören? Wollt ihr mehr Tennis? Wollt ihr mehr Basketball? Wollt ihr mehr Handball? Alles momentan relativ schwer, aber ich bin gespannt, was ihr noch für Vorschläge habt, für Feedback habt. Nämlich darauf kann ich dann gerne eingehen und das auch dementsprechend berücksichtigen. Wunderbar. Vielen Dank Marcel und euch eine schöne Zeit.